Hallo zusammen, Nico Zerbe hier. Ich bin gerade vor Ort auf der Baustelle des Kunden und wir werden hier von Clickrent demnächst 45 Container liefern. Ich war jetzt hier vor Ort, um gemeinsam mit der Projektleitung zu besprechen, wie genau sollen die gestellt werden, welche Ausstattungswünsche der Kunde hat und wir werden uns jetzt darum kümmern, das alles umzusetzen. Es werden quasi 3x15 Container geliefert. Es werden 3 Etagen sein und die werden in einem Turnus geliefert. Dafür sind wir bei Clickrent ja ideal aufgestellt und können das durch unser gutes Partnernetzwerk bundesweit abbilden. Also von daher freue ich mich schon auf das Projekt. Das wird hier wieder eine coole Sache, eine schöne Containerburg und haben auch Sie ständig mit dem Thema Container zu tun und müssen Ihre Bausteine dann mit einrichten, dann würde ich mich auf jeden Fall auf eine Meldung von Ihnen freuen. Geben Sie uns Bescheid und auch Besprechungen immer mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner gehören bei uns dazu.